ich bin tot von rechts wahrscheinlich das bin ich das bin ich das bin ich das bin ich scheiße ja aber wer schießt da noch keine ahnung gegenüber nein schon habe ich dich übel zerrissen wer hat mich mit der granate geholt so ein scheiß für euch ich liege am gebüsch wer kommt gerannt ich schreibe auch nicht ich schleiche hier das hört sich an als ob da hinter mir wäre da rennt unten da rennt unten hier ist noch einer ja bei dir oben bin ich vielleicht ein habe ich es waren zwei eines hat in die ewigen jagdgründe einmarschiert was hä der ist doch umgefallen das verstehe ich nicht wo ist mein kill ich habe daraufhin drauf geballert und er fiel um was blitzt denn hier so weiß ich nicht du läufst nein also einer im west auch noch spieler da oben in der 205 drinnen sein hier läuft noch was leiser irgendwas schleicht noch schleichend bin ich gerade ach so du bewegst dich ich bin auch kurz geschlichen du schleichst weiter ich bin hier hinter diesem kleinen bushäusern oder was ist das das stimmt oder ich höre dich wollen wir rüber rennen er rennt oder rennst du? Nein, nein, das ist er an der 1, ich glaube der ist vorne raus, der steht vorne am Eingang. Ach komm, halt aufs Maul, er legt mich um, ich drück ihm das ganze Magazin rein, es gibt's doch nicht. 357 Schaden gemacht. Zweiter Atoll. Bin gespannt auf den Sporen. Gibt's hier an dieser Drecksbunde eigentlich was? Duffelbeck. Was blitzt denn immer mal so, was ist denn das? Duffelbeck. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, ja, grüß dich, moin moin. aber vielleicht nicht die beste position hier ist auch kein gebüsch in der nähe ich krieg erstmal hier ein bisschen unter dem baum das unterholz als großes gezittert berutscht dahin aber hier macht sich selbstständig der typ also ich glaube die wurzel verträgt da nicht schmeckt ihm nicht egal wir fliegen uns erstmal zusammen auch nicht inspect yous menschenskind du hast onkologie studiert das hat mir alles schon schneller gesehen so die beinchen noch und dann können wir los das geht uns nichts an wo liegt der spurtzfreund ppsh verhalte deinen schund dein schmutz oder was kannst du mir nicht anbieten wie laufe ich jetzt am besten ich glaube ich werde hier lang laufen wie sieht es aus an amerika mein bester was habt ihr für werderchen ich will eigentlich noch mal kurz hier in den hügel gucken das ist ja keiner snipet oh mein Gott geschossen schon bei dir ist es Hätte ich mal lieber nicht auf den scheiß Käff geschossen, Mann. Ich habe noch sein Gewehr rumklimmern gehört. Natürlich über die ganze Map gehört wahrscheinlich. Ich bleibe mal kurz ein paar Sekunden hier, dass den Leuten da drüben das Interesse verklebt, hier rüber zu gucken. Habe ich jetzt hier aufs Steps gehört, sage ich mal. Jetzt hat sich angehört, als wäre jemand durchs Gras geschlichen. Ja, ich freue mich jedenfalls, wenn ich wieder Flechette und AB20 herstellen kann. Aber die Slugs sind auch nicht so schlecht, obwohl ich ein bisschen enttäuscht war von der Distanz. Ich hätte einen getroffenen, wer die ihn wahrscheinlich haben, aber bloß minimal. Ich habe ihn mal. Ich habe ihn mal. Ich habe ihn mal. Bei jedem Schuss denkst du, ey, war es auf dich. Natürlich war es nicht auf mich, aber im ersten Moment. Es will einfach nicht klappen, Mann. Ich habe ihn mal. Zwei fatale Hits. 25 Hitcounts. Ich habe gerne gewusst, ob ich den jetzt zum Schluss auch noch reingeprätselt habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.